So, liebe Leute, ich bin wieder zurück. Verzeihung für das kurze... ...Hack-Sign. So, okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen müssen. Also, da hinten den Strom anschalten. Und dann hier runter. Diese Steuerung. Also, den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, was ich hier eigentlich machen soll. Hier den Strom an. Dann hier den Knopf drücke für das Auto. Warum? Springt er nach rechts. Ich stehe unter dem Ding und er macht einfach eine Retard-Bewegung und springt da hoch. So. Was ein Retard-Typ der Randall ist. So. Dann machen wir hier wieder den Strom an. Lassen das Auto wieder runter. Zum 10.000 Mal jetzt. Ah, ich dachte schon, ey, der springt wieder da runter, ey. Ein Strom, wie so ein... ...voller Horst. Ah, okay. So. Das ist natürlich... ...ääh... ...logische Zusammensetzung hier. So. Nehmen wir die Box mit. ...und, ääh, spring mal hier hoch. Das Auto hängt aber auch nicht so gerade grad. Oh je. Boah. Oh, 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 oh. Schnell weg hier. Wieder hier in die Zombie-Horde. Das ist ja auch hier so ein... ...alter ihr, ey. Wie der hier am rumklettern ist. Ah, okay. Was? Das Status-Update? Checkpoint Charlie. Bla, bla. Bla, bla, bla. I'm afraid of the night. I'm afraid of the night. I'm afraid of the night. Boah, hier. Was, was ein Sprung, ey. Oh, 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 oh so, ja man kann es auch schwer machen im Leben und hier so einen Retouchsprung machen so, jetzt macht er hier den Hypersprung wieder und weiter geht's so so, weiter geht's so, machen wir hier ein Krabbeln und jetzt springen wir da rüber ins Fenster oh, geile Bude, man musicbox, it reminds me of my past memories of a forgotten time with my wife and my daughter ach ja es tut mir echt leid so äh, fuck oh, war das knapp hm was gibt's hier am Schreibtisch lost page of my diary also, sein Tagebuch ist ja auch überall verteilt ist ja schon strange sportlich ist er auch noch hm, ja, braucht er nicht oh, hier so ein bisschen military you have found a special revolver bam 28 days before ach, da war da war da war da war da war die Welt noch in Ordnung mit dem Camping er trägt genau die gleichen Klamotten wie vor 28 Tagen ... The key resides in being quick, like those guys in the casino's cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. ja ich will nur wissen wie ich den scheiß revolver in die hand nehme town, jump, aim, select weapon ok hm, warum macht das was soll die krähe abknallen ich denke, es ist Zeit, um etwas zu tun zu tun es ist schrecklich, um ihn abknallen zu lassen lass uns ihn aus seiner Miserei ja, schön habe ich jetzt auch schießen gelernt ok, äh, das ist der revolver das ist ja schon mal ganz gut so haben wir jetzt auch mal ein schießeisen hier ähm munition ist aber bestimmt begrenzt im spiel ok ok ja warte wie geht es hier weiter ah ok 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 äh ja, jetzt haben wir einen revolver und sind natürlich super damit gerüstet gegen diese ganzen gegen die zombie horde hier ähm so jetzt kleiden wir ihn rüber so ach kopf ab so, wir treten hier die flucht an weil ich will ja keine munition verbrauchen ist ja unnötig hier ist ja unnötig hier ok, jetzt brauche ich das, äh Kett hm, cool, so ein revolver so, ja dann suchen wir mal einen Weg um das Feuer auszumachen der Idee of a stranger großartig ja, ich habe auch schon einen Weg gefunden da oben ist doch so ein Tower da war der gut gemacht hoffen wir uns mal, dass das Feuer jetzt aus ist ja, da kommt die zombie horde direkt hoho und schnell weg da hat der folger zombie nieder getackelt unfassbar was ein hero ich habe noch eine versuche von der Polizei blablabla 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 wohohoho so, dann klettern wir mal aufs Dach vor diesem wunderschönen Hotel ähm zu einem Assassinsprung hier mh 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 Ich hab da so ne Idee. Locken wir die mal rüber und dann brechen hoffentlich diese planken zusammen. Noch einen brauchen wir. Goodbye, goodbye, goodbye. So, was gibt's hier? I will kill you freaks. I will kill you freaks, man. So, okay. Weiter geht's hier im Hotel. Diesem wunderschönen, schönen Hotel nach oben. So, was habt ihr? Testament Ladder. So, ja. Ab aufs Dach. Und jetzt kommt der große Sprung. Hammer Typ, ey. Das ist der Helikopter, die meine Freunde schießt. Es ist schnell. Meine Freunde sind gefährlich. Ähm, ja. Ah. So. Oh, was ein Hero. So, was machen wir jetzt? Das sieht aber nach nem gefährlichem Sprung hier aus, den er hier machen muss. Der gute Mann. Hepp. Oh, ei, 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 ei. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Okay. Okay. Haha. Jungs, kommt her. Gebrotzelte Zombies. So, Jungs. Was sagt ihr bisher so zu dem Spiel? Ist das spielbar? Also ich find's ganz interessant. Kann man mal spielen. Oh, war das knapp. Leckt mich am Arsch, ey. Okay. Die Stange braucht man da oben gar nicht. Auch interessant. Use Barricades to block doors and reach higher places. Ohh. Oh, war is das nicht? Oha. 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 Also ich finde das Spiel bisher ganz amüsant. Oh mein Gott, Sam ist am Verbluten. Jetzt beantwortet man die Frage. Sam, los, beantwortet die Frage. Ja, jetzt sagst du ihm doch mal, Junge. Ich muss abhauen. Was ein Bastard, ne? Der erzählt auch nichts, ne? Hohoho, schnell weg. Ah, hier ist noch was, oder? Ein Fernseher. Was soll das denn für ein Typ sein? Ah, sehr interessant. Schnell weg hier. Oha. Oha. Oh Gott, was ein lahmes Tor, ey. Leck mich am Arsch, ey. Da muss das Zombie jetzt mal dran glauben. Uah, da kommt noch mehr. Oh Gott. Jetzt kann ich abhauen. Das ist ein Rita-Tor. Und schnell. Oha. Oh. Oh. Run, little girl. Run. Run. Jetzt aber schnell hier. Jede Sekunde zählt, die er hier am Rennen ist. Und da rennt er durch. Wie ein stolzer Athlet. Ah, da kommt Spannung auf hier. Also, was ich ganz cool bei dem Spiel finde, ist der Stil. Da oben war noch irgendwas, aber... Egal. Äh, das überspringen wir jetzt einfach mal, weil... Wir müssen ja hier um unser Leben rennen. Da haben wir ja für so'n Scheiß keine Zeit. So. Geschafft. Sehr gut. Oh, Sackgasse. Und was ein Zufall. Da wird er gerettet. Was ein Glückspilz. Oha, was ist das hier? Das sieht nach ein... Nach so ner... Als noch alles gut war aus. Ein Rückblick. Da wieder seine... Ich weiß das auch nicht. Ist aber ein sehr stranger Dream. Oha, ist das hell. Und da rennt er ins Licht. Wir rennen aus Stamina. Hm? Ich darf in mein eigenes Haus nicht rein, in meinem Traum. Hm. Hast du eine Skrugel? Lass mich das Blut sehen. Bites? 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 Es ist nicht meine. Es ist nur eine Prekausung. Prekausung. Du weißt, was passiert ist. Keine dichter. Es ist gut. Es ist gut. Der Ratt bewegt. Der Ratt riecht. Don't touch me. Wer in der Hölle bist du? Lass uns zu diesen Ort und sehen. Seid mich. Okay. Jetzt folge ich dem Verrückten da. Ob das eine gute Idee ist, kann ich euch leider nicht sagen. So. Wir machen eine kurze Pause hier. Und werden gleich weitermachen. So in 5 Minuten ungefähr. Bin kurz mal auf dem Klo. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das gefällt, followt mir oder gebt mir ein Feedback im Chat. Wir haben ja jetzt nicht so viele Zuschauer. Eine kleine Gruppe. Kleiner Kreis. Und ja. Wenn es euch gefällt. Was ihr auch immer zu dem Spiel zu sagen habt. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung zu dem Spiel. Kann ja gut möglich sein. Wie euch das Spiel hat gefällt. Und würde mich echt brennend interessieren. Was ihr bisher so von dem Ersteindruck hier haltet. Von dem Spiel. Also. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Holt euch was zu trinken. Popcorn oder was auch immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder.